Dieses Schild hängt normalerweise nicht an den Toren vor dem Stadion am Sommerdamm in Rüsselsheim bei den Razorbacks. Bis auf das letzte Wochenende, das Spiel musste leider ausfallen gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, denn die Rüsselsheimer haben einen Pilz. Also natürlich nicht die Spieler, sondern der Rasen. Mein Name ist Steffen Popp und damit herzlich willkommen zu Kick-Off, Ihrem GFL-Footballmagazin auf dem DSF. Es geht jetzt um die Meisterschaft in der Gruppe Süd, denn am Wochenende traf eine sehr, sehr gute Passmannschaft, die Franken Knights, auf eine sehr, sehr gute Laufmannschaft, die Stuttgart Scorpions. Es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, die Franken haben eine sehr, sehr gute Saison hinter sich. Freuen Sie sich auf dieses spannende Spiel, das auch unser Reporter Klaus Rehm gesehen hat. Gute Stimmung natürlich bereits im Vorfeld des Football-Südknallers, Stuttgart Scorpions gegen die Franken Knights. Gut 3000 Fans stimmten sich auf der Pre-Game-Party auf das Spiel ein, während auf dem Feld bereits die letzten Vorbereitungen für das Topspiel der Liga Süd in vollem Gange waren. Zu erwarten war das Spiel zweier unterschiedlicher Systeme, das Passspiel der Knights gegen den Laufangriff der Scorpions. Wir spielen eher körperbetont, die Franken sind variabler. Sie werfen den Ball gerne, wir laufen lieber damit. Es wird wohl darauf hinauslaufen, wer heute was besser macht. Wir sind eine Mannschaft, die den Ball gerne in der Luft zieht. Stuttgart dagegen ist ja sehr gerne auf dem Boden, da wird es wenige Pässe geben oder zu erwarten sein. Wir werden sicherlich wieder unseren Ball in die Luft bringen. Die Voraussetzungen also klar, die Kontrahenten auf beiden Seiten vorbereitet. Motivationshilfe war nicht nötig, beide Teams heiß auf dieses Spiel und die Scorpions hatten zuerst die Gelegenheit, Punkte zu erzielen. Den Kick-Off der Franken empfing Frank Hoffmann und der gleich mit einem schönen Lauf bis auf die 30-Jahrs-Linie. Zwei weitere Spielzüge nur benötigten die Gastgeber und dann Marc Wiedmann erhält den Ball von Quarterback Quincy Woods und tankt sich durch durch die Frankenabwehr zur Führung für die Schwaben. Großer Jubel natürlich auf der Tribüne, das Spiel gerade mal zwei Minuten alt. Zwei Minuten später, Quarterback Zekwit in arger Bedrängnis, wird den Pass aber noch los und der landet in den Armen von Markus Schöpf. Touchdown Franken, auch hier der Extrapunkt gut nach vier Minuten 7 zu 7. Nächster Drive, gleiches Bild die Scorpions mit nur fünf Laufspielzügen bis auf die gegnerische 28-Jahrs-Linie. Und von dort zu Fuß bis in die Gäste-Endzone. Mitten durch die Verteidigungslinie unwiderstehlich der Antritt von Torgay Moria Liglou zur erneuten Führung der Scorpions. Und weiter ging's in diesem atemberaubenden Tempo. Die Franken wieder am Zug. Zekwit auf Eric Osmo und er kann nicht nur fangen, er läuft auch unters wie kreuz und quer durch die schwäbische Abwehr bis auf die 22-Jahrs-Linie. Die Zuschauer basserstaunt über beide Mannschaften, die hier mit offenem Visier um die Vorherrschaft in der Südgruppe forchten. Zekwit präzise auf Markus Schöpf, schöner Catch des Receivers und damit sein zweiter Touchdown an diesem Tag. Extrapunkt gut, die Partie wieder ausgeglichen, 14 zu 14. Danach die Scorpions wieder im Ballbesitz. Zunächst ein schöner, weiter Kickoff durch Thomas Rauch. Frank Hoffmann nimmt den Ball in der eigenen Endzone auf und der hatte keine Lust erst zu warten, bis die Offense auf den Platz kommt. Er ging auf und davon. Ein über 90-Jahrs-Kickoff-Return. Keiner bekommt den Pfeil schnellen Hoffmann entscheidend zu fassen. Und erst an der 10-Jahrs-Linie ist schließlich Schluss. Spektakulär die Aktionen beider Mannschaften, die hier ihr Heil in der Flucht nach vorne suchten. Die Scorpions-Offense hatte damit gerade mal 10 Yards zu überbrücken und das schafften sie bereits im zweiten Versuch. Wieder Torgay, Morial Liglou und damit auch sein zweiter Touchdown im Spiel. Trainer Tom Ross hatte im Vorfeld nur von einigen Testeinsätzen für Torgay gesprochen. Von einer Beeinträchtigung durch Verletzung war bei dem Running Back allerdings überhaupt nichts zu sehen. 21 zu 14 der Zwischenstand für Stuttgart, das alles noch im ersten Viertel. Die Fans bis dato begeistert von diesem Offensiv-Feuerwerk bei der Mannschaften. Und jetzt wieder die Franken am Ball und auch die können laufen. Christian Tartler diesmal für die Franken unterwegs. 60 Yards, geradewegs bis an die 30 Yards-Linie der Scorpions. Es fiel zwar eine Flagge auf diesen Spielzug, doch die Strafe gegen die Scorpions, der Spielzug damit gültig. Danach wurden die Seiten gewechselt, die Franken mit der Chance erneut auszugleichen. Ein Segwit auf Markus Schöpf und der auf dem Weg in die Endzone verliert den Ball. Fumble, Andreas Mecherlein war zur Stelle, sicherte den Ball für die Roten. Und damit erstmals ein Angriffszug in dieser Partie gestoppt. Schwierige Feldposition aber dadurch natürlich für Stuttgart. Der Ball auf der eigenen Ein-Yard-Linie und diesmal gab es kein Vorwärtskommen für die Gastgeber. Drei Versuche, kein Raumgewinn. Die Folge, Stuttgart musste panten. Gaben den Ball erneut ab und Franken nutzte diesmal die Chance. Wieder Segwit. Ein Quarterback mit einem gewaltigen Wurfarm auf Eric Osmo, Topscorer der GFL. Er pflückte den Pass sicher aus der Luft und ging für weitere sechs Punkte bis in die Endzone. Extrapunkt gut, Ausgleich 21 zu 21. Doch auch dieses Zwischenergebnis hatte nur zwei Spielminuten Bestand. Drei Spielzüge später. Die Scorpions brauchten noch sechs Yards und die machte Patrick Pfeiffer inklusive Extra-Kick. Damit der Spielstand 28 zu 21 für die Scorpions. Und jetzt funktionierte plötzlich auch die Defense der Gastgeber. Segwit unter Druck. Er musste laufen, findet keinen freien Passempfänger. Unverrichteter Dinge muss er ins Aus. Ärgert sich natürlich. Und nach drei Versuchen mussten die Knights panten. Und das ging dann gründlich daneben. Der Punt geblockt. Norman Goodwin sichert den Ball für die Scorpions, die jetzt damit erstmals die Chance hatten, sich weiter abzusetzen. Headcoach Tom Ross an der Sideline. Er erlebte den Fumble so. Die Freude wehrte indes nur kurz. Die Anspannung natürlich zu groß. Er schickte seine Offense zurück auf den Platz. Und den Franken schmeckte dieser Spielverlauf natürlich überhaupt nicht. Stuttgart ließ sich diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen. Torgay Morialiglu machte die fehlenden Dreierads. Und damit die Scorpions nach dem Extra-Punkt jetzt mit 35 zu 21 vorn. Kritische Situation natürlich für Martin Hanselmann und seine Franken. Denn jetzt drohten die Knights doch frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Und auch der nächste Angriffszug blieb ohne zählbaren Erfolg für die Gäste. Im Gegenteil, Stuttgart mit sechs weiteren Punkten durch Patrick Pfeiffer. Die Franken frustriert. Und daran änderte auch der verschossene Extra-Punkt der Gastgeber zunächst nichts. Zwischenstand 41 zu 21. Und in der ersten Hälfte nur noch Sekunden zu spielen. Da meldeten sich die Knights zurück. Segwit auf Roman Melzer. Sechs Punkte inklusive Extra-Punkt. Halbzeitstand also 41 zu 28. Ein Score, der sich eher wie ein Endstand ausnahm. Und Martin Hanselmann war gefordert, die Franken wieder aufzubauen. In der Halbzeit haben wir natürlich mit der Mannschaft darüber gesprochen. Wir haben gesagt, was wir verändern wollen, was wir gleich behalten wollen. Und natürlich versucht man dann über eine Speech die Motivation der Spieler so hinzukriegen, dass man sagt, wir können zurückkommen. Die Ansprache, sie war offensichtlich erfolgreich. Denn Franken Mitte des dritten Viertels mit diesem Fabelpass von Segwit wiederum auf Eric Ostmoe. Und damit rückten die Gäste wieder bis auf sechs Punkte an die Scorpions heran. Tom Ross mit kritischem Blick betrachtete er das Geschehen auf dem Platz, wo jetzt sein Team wieder an der Reihe war. Torgai Morialiglu mit seinem vierten Touchdown der Partie. Er hatte einen ganz großen Tag und ließ sich natürlich zu Recht von der Kulisse feiern. Die zwei Punkte Conversion der Scorpions, sie klappte nicht. Neuer Zwischenstand 47 zu 35. Und wir machen einen Sprung bis kurz vor Ende der Partie. Zwischenzeitlich hatten Markus Schuster und Markus Schöpf für die Franken und Marc Corell für die Scorpions den Spielstand auf 55 zu 49 erhöht. Und die Gäste jetzt mit letzter Kraft. Und sie glichen aus 23 Sekunden vor Ende der Partie mit diesem weiten Pass von Segwit auf erneut Eric Ostmo 55 zu 55. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Fast schon ein Hail Mary Eric Ostmo wird noch behindert von Kevin Silberhorn. Aber das Ei lässt er nicht mehr los. Den fälligen Extrapunkt verwandelte Stefan Geiring. Wenige Sekunden vor Ende also der Punktestand. Unglaubliche 55 zu 65 für die Gäste aus Rothenburg. Die Scorpions verschossen noch einen Fieldgoalversuch aus 47 Yards und damit endete dann ein Offensivkrimi der Extraklasse, die mit Frank Neitz einen neuen Tabellenführer in der Gruppe Süd brachte. Es war ein begeisterndes Footballspiel, über das sicher noch viel geredet werden wird. Und damit begannen die Beteiligten auch direkt nach dem Schlusspfiff. Es waren zwei gleichwertige Mannschaften auf dem Platz und es war tatsächlich so, derjenige, der einen Fehler mehr macht, mal einen Fumble mehr, der hat dieses Spiel dann verloren letztendlich. Es war ein großartiges Spiel. Beide Teams spielten auf ihre Weise eine großartige Angriffspartie. Die Knights haben ihre Stärke im Passspiel, genau da, wo wir schwächer besetzt sind. Wir dagegen spielen einen sehr guten Laufangriff und das ist ihre verwundbare Stelle. Das war sicher ein Grund für dieses aufregende Spiel. Was für ein spannendes Spiel, was für ein knapper Ausgang. Am Ende 56 zu 55 für die glücklicheren Frank Neitz. Und damit hat es auch funktioniert. Glückwunsch an die Franken, sie stehen damit an Tabellenplatz Nummer 1 der GFL-Gruppe Süd. Vom 1. der Gruppe Süd zum 1. der Gruppe Nord zu den Braunschweig-Lions. Und die hatten am Wochenende Besuch von den Cologne Crocodiles. Und die Braunschweig-Lions sind im Moment auf dem Weg zu ihrer Perfect Season, zu ihrer perfekten Saison. Bis jetzt haben sie jedes ihrer Spiele gewonnen. Letzte Woche haben die Berlin Adler versucht, diese Siegeserie zu brechen. Ob es diese Woche funktioniert hat mit den Cologne Crocodiles, ob die es geschafft haben, das erfahren Sie jetzt von unserem Reporter Matthias Mergett nach der Werbung. Willkommen zurück zu Kick-Off, Ihrem GFL-Football-Magazin. Es könnte die perfekte Saison für die Braunschweig-Lions werden, denn bisher haben sie alle ihre Spiele gewonnen. Letzte Woche haben versucht, die Berlin Adler die Siegeserie der Löwen zu stoppen. Und unser Reporter Matthias Mergett sagt Ihnen jetzt, ob es am vergangenen Wochenende die Cologne Crocodiles geschafft haben. Freudensprünge am vergangenen Samstag im Stadion an der Hamburger Straße. Die Übermannschaft der Gruppe Nord die Braunschweig-Lions feierten ihren zehnten Saisonsieg in Folge. Mit 56 zu 12 wurden die Cologne Crocodiles zurück an den Rhein geschickt. Vor dem Kick-Off die Gäste noch top motiviert, doch es wurde die höchste Niederlage gegen Braunschweig in der Geschichte der Crocodiles. Eingeleitet von der Kölner Offense, Quarterback Michael Davis mit einem Passversuch auf Axel Strang, doch der White Receiver mit einem kapitalen Schnitzer, das nutzt Rico Trute aus, Interception und damit Ballbesitz für Braunschweig. Noch einmal der Fehler von Strang, der Nummer 33. Da wird er sich mächtig ärgern. Die Offense von Braunschweig jetzt also auf dem Platz und hier bereits in der Red Zone. First Down und Quarterback Todd Cunningham sieht in der Endzone Jörg Heckenbach und der Receiver mit der 6.0-Führung und seinem vierten Saisontouchdown. Braunschweig danach mit großem Selbstbewusstsein und einer Two-Point-Conversion. Stefan, Wäsche läuft ohne Probleme in die Endzone der Kölner. Spielstand 8 zu 0 für die Lions. Im direkten Gegenzug die Kölner mit schönen Kombinationen aus Lauf und Pass in Richtung Endzone. Hier ein schönes Zuspiel vom wiedergenesenen Michael Davis auf Wallace Clay. Die Kölner Angriffsbemühungen wurden dann auch belohnt. Quarterback Davis mit einem 6-Jahrts-Pass auf Wallace Clay und der Running Back wirft sich unwiderstehlich in die Endzone. Trotz Flagge auf dem Feld, der Touchdown ist gut. Die Möglichkeit zum 8 zu 8 wurde dann allerdings vergeben. Wallace Clay wird hier gleich von mehreren Braunschweigern gestoppt. Danach dominierte die Offense der Braunschweiger das Geschehen und ging durch zwei Touchdowns von Matt Riasi und hier Calvin Love mit 22 zu 6 in Führung. Die Kölner Offensive im Gegenzug mit großen Problemen gleich im zweiten Down. Michael Davis, der Quarterback, mächtig unter Druck, wäre um ein Haar von Daniel Das gesackt worden. Und dann fast die logische Folge, ein Fehlpass und die zweite Interception durch Rico Trute. Und auch dieser Ballverlust der Kölner wurde von den Braunschweigern direkt bestraft. Touchdown, Jörg Heckenbach. Der Kölner Tight End Werner Hippler mit seiner Fehleranalyse. Wir hatten ein bisschen Pech gehabt, falsche Entscheidungen gemacht, viele Interceptions gehabt und den Ball abgegeben. Und wir hätten teilweise, wenn wir uns besser konzentriert hätten und uns nicht wieder selber geschlagen hätten, hätten wir ganz gut aussehen können. Immerhin einen erfolgreichen Drive brachten die Kölner Jungs noch zustande beim Spielstand von 29 zu 6. Diese schöne Angriffsreihe des Tabellendritten. Spielmacher Michael Davis mit einem Handoff auf Christian Poschmann und der läuft 10 Yards. Braunschweigs Headcoach Troy Tomlin mit seiner Defense natürlich nicht zufrieden. Und es kam noch schlimmer Quarterback Michael Davis mit einem 25 Yards Pass auf Christian Boti-Bramer zum zweiten Touchdown. Für die Crocodiles. Endlich konnten die Kölner auch mal jubeln. Gute Arbeit auch von der Offense-Line und dann der schöne Catch des Receivers. Im Anschluss der Versuch an der Two-Point-Conversion, aber der Braunschweiger Dax Seidenstricker schlägt das Ei weg. Es bleibt beim Spielstand von 12 zu 29 aus Kölner Sicht. Damit hatten die Gäste ihr Pulver bereits verschossen und die Lions dominierte nach Belieben, so wie hier der Snap-Total. Daneben doch Quarterback Calvin Law findet David DeArmous Touchdown für die Lions. Und achten Sie in der Verlangsamung auf den fantastischen Block von Raffick Cooper. Und dann noch der tolle Lauf von DeArmous zum 35 zu 12. Die 10.600 feierten ihre Mannschaft. Der Sieg war den Braunschweigern kaum noch zu nehmen. Auch wenn die anschließende Two-Point-Conversion daneben ging. Nach der Pause das gleiche Bild. Braunschweigs Angriff machte weiter Boden gut, auch wenn der Snap erneut zu tief war. Immerhin noch 13-Jahres-Raum-Gewinn. Und direkt danach die vielleicht schönste Szene des Spiels. Quarterback Todd Cunningham mit einem 56-Jahres-Pass auf Jörg Heckenbach. Ein klasse Zusammenspiel von Cunningham und Heckenbach. Der NFL-Europe-Receiver zeigte ein großartiges Spiel. Insgesamt drei Touchdowns und großes Selbstbewusstsein. Man hat heute gesehen, wir können den Ball bewegen durch Lauf, aber auch durch ein Passspiel. Und nicht nur einen Receiver anwerfen, wir können auch mehrere Receiver anwerfen. Und da muss die Defense auch so gut bestückt sein, dass sie alle Positionen abdecken kann. Und das ist, würde ich sagen, die ist ja nicht gegeben bei den anderen Teams. Und deswegen kommen wir auch so gut voran. In der Offense hatten die Braunschweiger wirklich alles drauf. Der verunglückte Snap eine echte Braunschweiger-Krankheit. Aber sie können fast aus allen Situationen Punkte machen. Matt Riasi mit einem Lauf über 40 Yards. Die Kölner wurden richtig abgestraft. Es war die höchste Niederlage gegen Braunschweig in der Vereinsgeschichte. Braunschweig wollte uns richtig umbringen heute sozusagen und wir haben es auch geschafft. Die Ergebnisse vom Wochenende. Stuttgart gegen Franken 55 zu 56. Braunschweig gegen Köln 56 zu 12. Beide Spiele haben sie gesehen. Saarland gegen München 27 zu 27. Berlin-Adler gegen Kiel. Baltic Hurricanes 39 zu 0. Das Spiel Rüsselsheim gegen Schwäbisch Hall fiel aus. Die Tabelle Gruppe Nord, Braunschweig weiter unangefochten vorne vor Hamburg und Köln. Danach die Berlin-Adler auf dem vierten Tabellenplatz, Essen und Kiel. In der Gruppe Süd an der Tabellenspitze jetzt die Franken Knights vor den Stuttgart-Skorpions. Die Rüsselsheim Razorbacks haben an diesem Wochenende nicht gespielt. Sie bleiben auf Platz 3. Platz 4 für die Schwäbisch Hall Unicorns. Danach Saarland und am Tabellenende mit ihrem ersten Punkt die Munich Cowboys. In Rüsselsheim wurden am vergangenen Wochenende keine Football-Punkte erzielt. Die Razorbacks spielen nächste Woche wieder auswärts. Und es wird ein sehr, sehr spannendes Football-Wochenende. Denn die Braunschweig Lions bekommen Besuch von den Hamburg Blue Devils. Und Stuttgart-Skorpions spielen gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Kick-Off, ihr GFL-Footballmagazin, kommt nächste Woche wieder. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut. Und wir verabschieden uns, sagen Tschüss mit den Bildern des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020